Ganz kurz zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Fretter. Sie sehen, wie viele anderen, immer nur die Ein- und Ausgaben der staatlichen Ebene, die es auch gerade betrifft. Die Ein- und Ausgaben der Bürger, die sind für ECC zweitrangig. Das hat man hier mal wieder gesehen. Und dann zweitens, Sie müssen unterscheiden zwischen Steuern und Gebühren. Steuern werden für alles Mögliche nachher verwandt, Gebühren, ganz speziell für den entsprechenden Zweck. Dankeschön.